und damit herzlich willkommen zu einer weiteren episode von railroads online es ist das neue kohle update rausgekommen und ich dachte das schauen wir uns in dieser episode mal an ich habe jetzt mal alles platziert was mit dem neuen update so gekommen ist dazu habe ich gecheatet sprich wenn wir dann mit meiner normalen episode hier weitermachen dann verschwinden die sachen wieder und ich will mir die dann auch wirklich erkaufen bzw erfahren damit die entsprechende anreiz habe aber jetzt zur demonstration sind jetzt einfach mal alle da und ja es sind erst mal die vier neuen kohle lockspits dabei das ist der koch 260 die tv nc 280 die mason boogie tenmei und die revy basin 280 t gibt es in unterschiedlichen lackierungen ich habe mich jetzt mal für die hier entschieden und ich würde sagen wir schauen uns die mal im detail an die hier das ist die aller stärkste übersetzt neu mit dazukommen ist hat eine luftbremse und vom modell her ist irgendwie nicht ganz so schön worden wenn man sich das mal hier zum beispiel an sieht es wird besser gehen aber ansonsten ist eigentlich ganz okay die schriftungen habe ich jetzt auch keine rauf gemacht wenn man es mir raufkaut da ist jetzt die kohle hier drin und dabei unser arbeitsplatz türen gehen natürlich auf und man hat hier tatsächlich sogar ein bisschen platz ist mit der kohle feuerung ist eigentlich auch noch ganz cool umgesetzt man macht hier unten auch klickte einmal mit links klick dann hat man hier die schaufel und dann kann man das hier wirklich so reinschmeißen das ist wirklich cool gemacht okay haben wir ja sonst nur irgendwie spezielle details eigentlich nicht kompresses am arbeiten immer zu der nächsten das glaube ich ist die die koch gibt es als normal mit holz und einmal mit kohle wie kann man eigentlich weitestgehend dort sich auch nicht sehr viel getan vom modell her und der kollege der ist komplett neu jetzt mal in grün interessant finde ich hier das gestänge hier wie sie das hier umgesetzt haben da steht da messen machine works patente 18 66 glaube ich aber auch interessantes design von innen kann ich ja auch die tür auf machen so so schaut der ganze spaß von innen aus ist hat ein bisschen groß aber schönes sein hier geht es natürlich nach dem gleichen prinzip wir können auch hier aufmachen und dann die kohle nehmen und dann haben wir den hier satteltank lokomotive und mit der ist es insofern besonders dass man bei deren anderen wasserkran nutzen müssen wir können nicht den nutzen sondern einmal dann schlauch das zeige ich euch gleich einer wassertank ist hier und hier aber in rot gefällt mir wirklich sehr gut das einzige was mir nicht so fällt wenn wir hier reingehen das ist das mit dem bekohlen damit man hier die sauer bekohlen kann muss man hier in die kucke gehen hier auf die kohle aufmachen und da rein wenn man das ganze im stand macht dann geht bei mir zumindest die kohle nicht rein okay es gibt auch neue wagen die werden uns aber gleich anschauen nachdem hier die ganzen lokomotiven weggekommen sind was ist noch neu dieser bekohlungsturm ist jetzt neu der ist recht groß hier kommt dann die kohle raus und bei dem kann man auch hier rauf gehen kurz demonstrieren und schon sind wir hier oben hier gibt es aber nichts zu tun das ist halt mehr jetzt eine aussichtsplattform muss man so zu sagen und dann kann man hier wieder runter bei dem muss ich sagen dann haben sie nicht so geil umgesetzt was meine damit wenn man sie auf betriebsgebäude gehen und ich mache hier diesen koning tower dann kann ich den nicht wirklich gut hier eine bestehende schiene anschließen dass hier immer links seitlich versetzte idee dahinter ist dass du quasi hier aber die schiene sein soll so da stehst ein bisschen nach vorne machst und dann platzierst wenn du das aber so machst wie ich jetzt wenn die schiene schon da ist dann schwebt er das ist total beschissen das heißt was man machen muss ist abreißen ich habe um die abreißende schiene genau was man also machen muss ist man tut quasi ein stück von dem gleis abreißen sowie da jetzt beispielsweise geht dann zu dem schienen stück hin dass man hier mittig steht und zudem den pfeil da in der mitte hat geht auf betriebsgebäude calling tower und da geht man quasi nach vorne und dann ist der tower auch wirklich am boden platziert man dann und dann sieht man quasi erst die schiene wieder durch das mache ich jetzt hier mal wieder es ist leider blöd also jetzt mal irgendwie gewünscht dass man das anders machen kann oder dass er zum beispiel snapper ist weil er kommt ja hinten mit zum gleister her was mit band es ist es hier in der anderen farbe und da muss man dann quasi wie die kohle wagen draufgehen und hier entladen und schade dass man hier nicht irgendwie und das irgendwie so ran snappen kann das wäre noch sehr praktisch gewesen ja das ist der zweite wasserturm er hat diesen schlauch wenn man dann halt so anpasst wie man ihn halt braucht und bei dem muss man nach oben gehen und dann hier aufdrehen und dann kommt das wasser raus es gibt aber noch einen dritten der ist aber ähnlich wie der allererste wasserturm den habe ich da hinten platziert ja wir laufen hin ich hätte eigentlich den speed mod aktivieren können dann wäre es ein bisschen schneller ist der kollege da der funktioniert genau nach dem gleichen prinzip wie der alte da ist einfach ein bisschen größer auch bei dem glaube ich können wir rauf gehen und zu checken ob hier denn das wasser drin ist die gibt es in unterschiedlichen farben also wenn man jetzt hier betriebsgebäude geht gibt es auch zum beispiel den braun abreißen oder was haben wir hier noch das beige und dann gibt es hier noch die old variante und schaut so aus bis bei allen wassertürmen was ist noch neu dazu kommen es gibt auch und es gibt ja hörst du auf da hinten da habe ich vergessen fundament zu machen stimmt das hatte ich eigentlich vor aber sehen einen anderen spielstand machen ja da gibt es noch das hier kann man jetzt als unterstand nutzen für was auch immer eigentlich ganz nett zum platzieren wenn wir uns das mal anschauen ist hier der lok schuppen gezeigt unterschiedlichen varianten und den kann man dann einfach hier so bei platzieren und dann reinfahren der snap nicht so eine sache habe ich jetzt noch nicht getestet und zwar ist der alte schuppen mittlerweile snap dass man hier zum gleis machen und dann hätte ich kann das den alten lockt schuppen hier nein das geht natürlich immer noch nicht schade also ich wäre schon dafür dass erstmal solche sachen verbessern oder erweitern vor mehr konnte kommt also man sieht es halt auch in im forum drin in steam dass die leute eher weniger neuen content haben wollen sondern eher dass bestands sachen fix werden wie unter auch performance probleme oder so random entgleisen so wir machen jetzt meine spritztour mit jeder dieser logs und bringen sie dann weg und dann haben wir gleich mal einen soundtest angefangen mit dem kollegen hier so gehen wir mal rein einmal nach vorne und pfeifentest okay cool das ist nett dann schauen wir uns mal das fahrgeräusch an so jetzt bieten die hände mal auf ja ok holle shit du bist aber schneller kollege hier ok ja ich würde sagen wir bleiben hier mal stehen und dann können wir sie alle zusammen danach mal ankuppeln oh wie log alles klar scheiße ich hab da ein stück schien vergessen das hab ich ganz vergessen das war doch vom bau ähm ja so komm mal möchtest du hallo möchtest du auswählen hallo hallo aufgleisen naja jetzt haben wir es möchtest du bitte hier auf dieses gleis möchtest du vielleicht andersrum komm ah ok dankeschön dann werden wir hier mal ganz kurz das gleis platzieren das ist nicht zu kurz ah komm dankeschön und einmal aufgleisen du dann da dankeschön perfekt so wie ging das äh zuerst hier rein ne oh log komm her rückwärts bitte dankeschön äh das war jetzt nicht so schlau bremse na komm super dann hätten wir das ähm ich glaube ich werde mal schnell Rewards Online Extended starten sollte eigentlich schnell passieren ok und da ist auch schon gestartet und dann bitte einmal hier hin teleportieren so nächster Kandidat kann man hier schon mal die Stange drauf machen zum Kuppeln bist du Bremsen ist gelöst Pfeife ja ist die alte alles klar ja haut mich jetzt nicht so vom Hoker aber ich habe auch schon schlechter Respekt denke ich noch mehr äh das ist das schnellste was du fährst so weiter ist unsere look mal schön hinten ran knutschen oh bremse wie so schnell hab ich die Bremse nicht angezogen so komm her bremse anziehen dankeschön auf ein zweites fataler Fehler einfach die Lok und die Bremse da statt zu lassen so lass mich steuern dankeschön cool ja und sollte man jetzt kuppeln können oh no du hast ne ganz andere Kupplung ähm kann ich dich verändern dass du nicht diese Kupplung hast oh das ist mir gar nicht auf Moment mal was hast denn du da hinten dran was ist das alte System äh ok fahren wir nach hinten bitte danke sehr interessant das sieht so aus als wenn ich das wegnehmen könnte ähm und zwar eigentlich mit ne das wäre dann hier zum lösen äh was äh was ist jetzt nicht euer Ernst echt so ist es wirklich so kann man nicht vorstellen dass die das wirklich so gemacht haben ich glaube die hätten dann eher das Teil hier weggemacht dann halt direkt an dem Ding ran ok und wie kann ich dich jetzt da ankuppeln jetzt wo die Stange draußen ist oh komm spiel äh mal ganz kurz time ok ich bin jetzt drin glaube ich ja ja das hat funktioniert ok dann tun wir hier mal die Handbremse lösen und hier glaube ich ist sie auch nicht an ja so Bremse bei dir raus dafür beim Tender rein für das erste und dann gehen wir mal wieder hier hin und dann würde ich sagen die nächste Lok ich meine das ist ja auch geil ne hat hier drei so Kupplungen für was auch immer oder ist es dafür gewesen wenn es irgendwie Schmalspur auf Normalspur gegangen ist dass man dann alles angehängt hat ich glaube vorne ist es genau gleich ja genau jetzt hier machen wir die Stange rein und dann fahren wir mit dem Kollegen so Pfeife oh ist das süß cool ja dann zeig mal was du geräuschtechnisch so drauf hast naja geht wieder auf das alte oh da bist du aber auch ein schneller Kandidat holy shit das ist ein echter Sprinter ha 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 ah es ist schon gekommen damit fliegt dann der Wagen wieder raus so bremsen bremsen mein Kollege ja komm ran perfekt ah die hätten die Anschlüsse für die Luftbremse aber nichts im Spiel unterstützt das momentan bis auf die Lok selber so lösen bei dir glaube ich habe ich die Sachen noch dran ja schon ein geiler Antrieb so letzte Lok die glaube ich auch am schwächsten ist so dann Pfeife wow okay klingt so ein bisschen als würde ich gerade absaufen und Fahrgeräusch achso bremsen lösen ich gehe da wieder über ins alte ist jetzt aber auch nicht gerade langsam ja ist ok schade ich hätte jetzt irgendwie geilere Sounds erhofft naja gibt schon alles ähm Stange vorne ist natürlich nett oben so bremsen bremsen so Stange Dankeschön sehr gut wir sind dran oder auch nicht ähm ich glaube das wird Probleme machen ich glaube ich will hier mal die Bremse lösen wenn mich das Spiel das machen lässt schauen wir mal ob es auch funktioniert einmal nach vorne drücken oh da muss sie arbeiten oh da muss sie arbeiten so anhalten anhalt den hab ich gesagt jetzt müssen wir mal schnell die weichen stellen ich mach das mal schnell in rayworlds und dann können wir das gerade mit dem Wasserturm ausprobieren ich möchte gerne da rein fahren da geradeaus da so rüber ok zurückwärts vor allem will ich jetzt wissen was bei der Weiche Reich passiert ob sie sich jetzt da irgendwie gegenseitig wegschießen ja es scheint zu gehen aber ich glaube es muss da irgendwie was blödes kommen und dann schießen sie sich gegenseitig weg noise das ist ziemlich viel Geld was da jetzt gerade rumfährt ich glaube die teuer ist das irgendwo bei 7000 müssen wir mal nachsehen den Abschnitt habe ich gerade heute fertig gebaut und aber auch hinten die Strecke ist noch ein bisschen nachgebaut also was heißt nachgebaut ähm neu gebaut zu den anderen Szenerien so ich glaube jetzt ich könnte noch mit dem Bremsen anfangen oh voll rein in die Eisen ah Trick 17 so 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 ist glaube ich gut so dann schauen wir uns mal das Betanken der neuen Lok hier an äh was zum wo ist Gas drin lassen ja Tatsache äh das war jetzt nicht so schlau wir könnten wir könnten das aber eh von der roten aus machen dann sehen wir es ein bisschen besser du fährst bitte nach hinten oh rückwärts dann grün äh ungefähr so so das geht jetzt erstmal hier auf die Lok rauf machen wir hier mal den Deck live so und der Kollege muss da halt irgendwie drüber sieht das gut aus gerne mal auf den Turm rauf nee machen hier auf Nö, da müssen wir noch ein bisschen fahren. Aber nur so ein kleines Stückchen. So, jetzt passt's. Und dann sollte das Ganze hier auch voll werden. Schauen, sehe ich das eigentlich in der Lok jetzt, dass das hier nach oben geht? Ja, es geht nach oben. Und für die andere Seite. Ja, wir machen das jetzt eigentlich mit der anderen Seite. Das ist eine gute Frage. Vermutlich einmal ganz ausfahren, oder? Und dann ein bisschen nach hinten. Hallo, gehst du noch weiter nach hinten? Oh! Das geht sich gar nicht aus. Außer ich fahre irgendwie mit der... Also ich müsste halt drehen. Das ist sehr gut to know. Andererseits könnte man vermutlich den noch ein bisschen näher heranstellen. Dann, glaube ich, geht's jetzt aus. Mal einmal zudrehen. So, das Allernächste, was ich gerne ausprobieren möchte, ist, ob es hier irgendwie einen speziellen Effekt oder so gibt, wenn man hier mit der Kohle reinfährt. Das heißt, wir schnappen uns mal die leistungsstärkste Lok hier. So, weg damit. Hier bleibt sie stehen. Und wir werden uns mal die Kohliwagen schnappen. Kann ich eigentlich... Na, das mache ich dann, wenn ich gerade da bin. Ne, Moment. Jetzt schauen wir uns erst mal den neuen Wagen an. Kurzen Moment. Moment. So. Die neuen Wagen. Fahrzeuge. Der Kollege ist neu. Dann. Komm. Fahrzeuge. Das wird... Das ist nicht neu. Das ist nicht neu. Das ist nicht neu. Das ist... Der ist neu. 7.50. So. Dann. Haben wir noch... Der ist nicht neu. Der ist neu. Und... Ah, komm. Fahrzeuge. So, den haben wir jetzt gerade gekauft. Und der hier ist neu. Und ich glaube, das waren alle. Die neu sind. Ich glaube, wir können es durchgehen. Ja. Okay. Mal mit. Ich glaube, wir können es mal kurz weisen. Den können wir uns eigentlich auch noch mal ganz kurz anschauen. Den tollen Schneepflug. Also. Ist ein schönes Wagen. Komm, geh auf. Ja, glaube ich kann... Ich bin mir nicht sicher von... Von der Ladung her... Ich glaube, ich kann er nur 8. Aber... Sieht eigentlich ganz okay aus. Die Farbe ist jetzt nicht ganz so meins. Dann hier fürs Öl. Der lange Kaliber hier. Das Modell gibt es schon ziemlich, ziemlich lange. Also, das habe ich vor... Ja, mindestens einem halben Jahr. Ah, scheiß Baustelle. Schon mal gesehen, dass es als 3D-Modell gekommen ist. Jetzt ist sie mal hier. Da, schaut sie mal. Da wäre sogar... Da wäre die Bremse sogar da. Aber wir können es halt nicht anschließen. Den Kollegen hier. Der soll aber angeblich sehr leicht entgleisen. Hab's noch nicht ausprobiert. Und... Uh, ja. Und der hier... Wenn ich das jetzt richtig sehe... Entlädt nach unten. Aber ich glaube, da haben wir jetzt keine Animationen dafür. Laden starten. Nee. Aber es soll... Also, die Kohleentladung für da hinten... Soll sowohl mit dem alten Wagen gehen... Als wie halt auch mit dem. Gut. Ab in die Lok da. Und dann schauen wir mal... Wie das hier mit der Bekohlung läuft. Ah, Luftbremsen werden halt schon mal was Geiles im ganzen Konvoi. Ich mein... Oh, geil. Leck-Alarm. Was ist jetzt los? Ja, also soviel zur Performance. Oh, der ist echt schnell. Vielleicht ein kleindick zu schnell. Oh, okay. Ähm, die Weichen... Dann tue ich mal schnell über Extended einstellen. Bitte einmal... ...gerade da hinten. So, falsch rum. So passt jetzt. Und... Abgepast. Ist natürlich im Langzeittest noch interessant zu sehen, wie der Kohleverbrauch ist. Ob der relativ schnell ist oder langsam, wobei sowas aussieht. Sieht ähnlich aus wie mit dem Holz. Also ich glaube, da braucht man ein bisschen, bis hier die Kohle dann weg ist. Okay, bremsen. Voll in die Eisen. Ja, das ist natürlich nicht so geil, was ich da mache. So. Katting. Die ganzen Wagen sind ja nicht eingebremst. Äh, ich glaube der letzte Wagen. Hm. Schade, dass man das nicht irgendwie wegmachen kann. Soll ich mal schauen, ob hier der letzte Wagen eingebremst ist. Open Controls. Äh, der war komplett nicht eingebremst. Alles klar. Umso besser für mich. Okay, am Maximum Schmackes. Ja, zieht eigentlich sehr gut weg. Aber ich passe ein bisschen auf mit der Geschwindigkeit, weil ich will jetzt nicht, dass die Wagen hier engleisen. Ich weiß nicht, dass die Wagen hier entlang ist. So, ich glaube, das müsste reichen. Nope, Bremsen. Und dann tue ich die Weichen schon mal einstellen. Wir müssen da abbiegen. Sehr gut. Und rückwärts. Bei der Sandung machst du, glaube ich, immer noch nix, ne? Ah, doch? Moment. Nee. Sehr early, diese early access. Bitte, tu mir jetzt da nicht entgleisen, weil ich da was schön nach hinten führ. So, ich glaube, das ist schnell genug. Bitte jetzt nicht entgleisen, da hinten mal mit dem Sondergleis. Ah, Gott sei Dank. Fährt rüber. So, dann können wir hier schon mal anhalten. Komm, Brems. So, Special Gleis. Ah, das war jetzt ein bisschen zu früh. Machen wir es hier mit dem ersten Wagen mal. Okay, ich glaube, das müsste passen. Schon passen, oder? Mal entladen hier. Jetzt kommt das hier so als Block raus. Okay. Jetzt hier auch höher. Okay, das waren jetzt zehn Ladungen. Wie viel Kohle kriegen wir dann dafür? Man sieht es jetzt schlecht. Ist das eins zu eins? Okay, und dann kommt hier die Kohle raus. Alles klar. Auch wieder so als Block. Okay, und dann wird hier der Tender dann voll. Halt. Lass mich drauf. Was ich denn die Masse hier updaten wird. Alles klar. Okay, cool. Ja, dann hat man jetzt hier mal ein bisschen mehr Arbeit, wenn man hier mit der Kohle hinter zur Industrie fahren muss, sondern auch zu diesen Bekohlungstürmen. Also je nachdem, wo man die hinstellt. Und wie viel man hat, hat man halt hier noch zusätzliche Arbeit. Okay. Warte mal, hier haben es... Was ist die Maximalkapazität von dem ganzen Ding? 120. Ja. Okay. Ich glaube, da kannst du ein paar Mal hinfahren, bis der voll ist. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht sehr viel Neues. Also im Change-Log war dann halt auch noch Performance-Update, Bug-Fixes und so. Aber ja. Das Ding ist so nutzlos. Jetzt merke ich erst dann kaufen, wenn man halt wirklich mal Schnee irgendwie wegschieben kann. Bringt mich ja zum Thema. Warum kann ich die Season nicht selber auswählen? Naja. Also, das war für euch schon mal so ein kleiner Einblick in das neue Update, mit dem, was so dazukommen ist. Ich weiß, zu dem Zeitpunkt, wo das Video rauskommen wird, ist das Update schon ein bisschen draußen. Ich bin ein bisschen hinterher. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und bei uns geht es dann weiter hier mit der Hauptstrecke. Dass wir dann einerseits hinten die Industrie mal anschließen, dann klar, die Kohlungsturben, der wird auch da so stehen bleiben. Dass wir den mal auffüllen. Und, ich glaube, das Ganze mache ich dann auch wieder im Livestream. Mit Yoshi und Co. Das ist witzig. Und dann schauen, dass wir uns die Loks hier auch wirklich selber kaufen. Und die Lok, die ich mir als erstes gern kaufen möchte, das ist die hier. Vor allem, wenn mir das Rot so gut gefällt. Hat was. Die, glaube ich, werde ich mir nicht kaufen. Also, das muss irgendwie sein. Aber die Rote und die da, die gefallen war. Vor allem, die hat noch richtig schön massiv Power. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet ihr doch Mitglied vom Lion Squad. Da seht ihr die ganzen Episoden, wie ich sie gerade produziere. Und das weit im Vorhinein, bevor sie dann erst auf YouTube für alle veröffentlicht wird. Bis dann. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Video und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.